Dass Kathrin Hendrich einmal die Fußballschuhe schnürt, war eigentlich schnell klar. Um genau zu sein, kam sie schon im Kindesalter mit dem runden Leder in Kontakt. Also ich habe drei Brüder, die haben alle Fußball gespielt. Und ja, dann wurde halt immer natürlich im Garten gekickt und da habe ich immer mitgemacht. Und dann habe ich irgendwann meine Eltern überreden müssen, auch mal im Verein zu spielen. Ich habe dann bei den Jungs angefangen in Belgien und so kam das dann alles. Und ja, jetzt bin ich hier. Die 25-Jährige ist eines von fünf Kindern. Drei Brüder, zwei Schwestern. Ab 1. Juli trägt die belgische Fronatur Brot. Sie hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bei Bayern München unterschrieben. Für mich persönlich, ich habe einfach eine neue Herausforderung gesucht. Und ja, mich haben die Gespräche hier einfach überzeugt. Und auch natürlich das ganze Umfeld, vor allen Dingen auch hier jetzt der Campus, einfach eine tolle Anlage. Und ja, ich freue mich einfach auf die neue Herausforderung. Der Transfer ist fix. Katrin Henrich ist nun Münchnerin. Und im Gegensatz zu ihren Brüdern hat der sympathische Neuzugang das Interesse des FC Bayern München geweckt. Also von den dreien spielt einer nur noch Fußball. Die anderen haben ihre Karriere an den Nagel gehangen. Ja, machen jetzt noch andere Sportarten. Aber ja, die kommen regelmäßig zu den Spielen und sitzen auch regelmäßig vor dem Fernseher. Und das freut mich natürlich, dass sie das alles noch so verfolgen und mich da auch unterstützen. Die kleine Schwester, der große Fußballstar der Familie. Das freut Familie Henrich und der FC Bayern München freut sich auf erfolgreiche Zeiten mit dem belgischen Neuzugang und einer treuen Anhängerschaft.